Hallo meine Freunde! Heute zeige ich euch einen verbesserten Navfekerszug. Wenn du diesen Zug machst, schau dir den Rest des Videos an. Jetzt sehen sie zwei Navfekerszuge. Der rote Zug ist von Dickey Toys und der gelbe Zug ist von AliExpress. Die beiden Zuge unterscheiden sich durch Türen und Räder. Lasst uns den gelben Zug mit Lego Rädern versehen. Ich hole die alten Räder aus. Ich setze neue Räder auf. Ich kann es kaum erwarten, den Betrieb dieses Zuges zu überprüfen. Fährt Prima! Fährt Prima! Die anderen Räder austauschen. Die anderen Räder austauschen. Fährt Prima! Fertig! Stay rein! Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Sehen Sie auch andere Videos.